hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen kanal heute geht es um ledger ja es ist wirklich passiert es gibt keine btc gutscheine mehr für die aktion an black friday aber ledger hat sich nicht lumpen lassen und gibt uns stattdessen statt der gutscheine jetzt zehn prozent auf das gesamte sortiment auf der gesamten ledger seite einfach auf den link unten in der beschreibung gehen und dann kommt ihr direkt hier hin und könnt dann einfach den gutschein code beziehungsweise den rabattcode hier eingeben und würde dann zehn prozent auf eure sachen bekommen das wollte ich euch nur gesagt haben für alle die sich geärgert haben dass sie dann keinen gutschein mehr bekommen jetzt halt minus zehn prozent alles klar bis dahin